Ich weiß, denn hier steht einer von Horizon's Top-Fahrer. Seine Position ist auf dem GPS markiert, wenn Sie ihn zu einem Duell herausfordern möchten. Dann suchen wir uns ein Auto aus, was wir nehmen werden. Ich habe mir überlegt, mal was Altes zu fahren. Mit so einem Klassiker. Dann muss ich mal gucken, welche ich nicht nehme. Cool Classic vielleicht. Retro Supercars. Rare Classics. Cool Classics. Make and Race, das habe ich auch noch. Den sicherlich nicht. Hm. Classic Rally. Rally habe ich gar keinen Bock. Ich glaube, ich nehme mal... Wer sind denn hier? Welchen wollte ich nehmen? Rare Classics wollte ich nehmen. Welche habe ich denn als Rare Classics? Ach, Rare Supercars meine ich. Retro Supercars, das meine ich. Den BMW und den Ferrari. Ich steig mal kurz den Ferrari ein. Und gucke mal, was ich mir noch kaufen könnte. Tätel, Auto, da kaufen. Ich habe keinen Bock da hin zu fahren. Hey, wie läuft's? Rare Classics, ne? Moment, Filter. Retro Supercars fahren hat, ne? Ja. So, den haben wir. Wir haben noch einen F40. Oh, der ist nice. Der Ferrari. F50, Coontouch, Diablo, F1 genau. Oder Roof. Wie viel kostet der? Der kostet nur 52.000. Ah, ich bleib bei meinem Ferrari. Das nahm ich nicht, weil er sehr einen GTO ist, das. So, den tun wir jetzt einfach mal hoch. Mal gucken. So, auf S würde der... Ja, komm, packen wir mal die besten Reifen drauf. Vor allem hinten natürlich die breitesten. 35er hinten, ne? Felgen. Packen wir natürlich solche BBS-Felgen drauf? Nein, natürlich nicht. Die sehen eigentlich ganz nice aus auf dem. Ein Kilo leichter aber nur. Oder die. Die sehen eigentlich auch ganz gut aus. Ja, der hat auch schon Standard-Stern-Felgen. Ich glaube, die nehmen wir. Und machen 20 Zoll auf. Nein, natürlich nicht. Eine Zollstufe gehe ich hier höher auf 17. Hinten auf 18 würde ich sagen. So. Dann natürlich Kupplung und Getriebe. Das Beste. Verlieren sogar wieder nichts beim Starten. Sehr nice. So. Natürlich die besten Bremsen. Das Ding ist ja auch alt. Von 84. Tiefer den Rubel. Aber natürlich ein paar Stabbis rein. So. Ein paar Versteckungen kommen auch rein. Wie viel wiegt der? Wie viel wiegt der? 1,1 Tonnen. Ja, gehen wir mal auf knapp eine Tonne runter. Oder etwas weniger als 1,1 Tonnen. So. Jetzt Auspuff. Der hat einen Twin Turbo drin. Echt der? Ja, rein damit. Wenn der schneller hochdreht. Dann haben wir noch 2 Punkte übrig. Die kommen dann in den Luftfilter rein. Perfekt. Ja. Von 504 Sekunden. 321. Ja. Sehr nice. Sieht auch sehr nice aus. So. Jetzt haben wir den Community für Designs. Sehen scheiße aus. Sehen sehr scheiße aus. Auch scheiße. Auch scheiße. Scheiße. Nein. Wer ist denn das denn? Irgendein Pixelart. Keine Ahnung, wie ist das Link? Keine Ahnung. Kann ich nicht. Entschuldigung. Alpina. Alit. Aha. So eine Rennlackierung. Ich lass ihn einfach mal in dem Rot. Dann gibt's auch nur ein Rot. Außenspiegel. Kann ich nicht lackieren. Auch gut. X-Poiler. Gibt's keinen zum Lackieren. Die Felgen würde ich eigentlich gerne in dem Farbton lassen. Chrom und Schwarz. Die Scheiben, die lass ich einfach so. Gut. Jetzt habe ich vergessen, das Auto zu tunen. Dann mach ich mal kurz was dran. Machen den tiefer. Hinten ein bisschen härter würde ich sagen. Äh, weicher. So. Ja. Hulich mal runter. Machen wir mal hier 30 und 5 Prozent. Machen wir mal für 10. So. Passt. Jetzt habe ich ein bisschen voll die Scheiße gebaut. Oh yeah. Ja. Alles klar. So. Auto durchstarten. Okay. Du entscheidest wo es hingeht. Wo soll's hingehen, Champ? Hm. Hm. Ja. Wo wir so ziehen gehen. Mein Gott, ey. Da haben wir nur zwei und da, ja. Das haben wir Martin, Marcelino. Oder das ist dran. Wir fahren, glaube ich, nach Marcelino. Cool. Ben hat übrigens ein Auge auf dich. Wie ich höre, will er noch ein Finale auf die Beine stellen. Aha. Also war das nicht das letzte Finale. Retro Super Gas. Los geht's. Der erste Halt dieser Autotour heißt Montalino. Diese Fahrt dauert vielleicht nicht besonders lange, aber einige Straßen in diesem Gebiet sind einfach wunderbar. Okay. Sind alle bereit? Ja, aber erstmal mache ich ein Foto. So. Drei Zoom. Boah, das sieht nice aus. Das gefällt mir. Habe ich das jetzt richtig gesehen, dass das scheiß Ding oben ist? Hm. Na ja, egal. Ist ja nicht so schlimm. So, das müsste ich... Naja, ich wollte das ja nicht schwächen, sondern... Das müsste ich jetzt rausgescreenshottet haben. So. Na, wenn oder? Aber ich habe ein Ferrari. Na... Das ist irgendwie nicht so... Spektakulär oder spannend oder... Ja, was auch immer. Aber es sieht geil aus. Mein Chromfelgen. Ist ja da dieser... Okay, lag. Dieser scheiß... Ford F-100. Ja. Nicht den Ba... Nicht den Ba... Okay. Ich dachte, ich... Heize jetzt voll auf... Wie in so eine Wand zu, ey. Ne, fuck the system. Ich war lieber hier, querfett an. Äh, quer rüber. So. So. Jetzt noch mehr Offroad, ey. Wasch. Ach du Kacke. Das war knapp. Ja komm, jetzt dreh dich nicht auf den letzten Metern. gonna gucken. So. So... Wir sind da. Jetzt haben wir jetzt hier wieder Erfolge. Lila Armand. Nice. Jetzt können wir noch bessere. Weil das hier ne. Das hier ist die Retro Supercar Meisterschaft. nem Von einigen dieser Autos hatte ich als Kind Postern in den Wänden. Also dann, such dir mal ein Rennen aus, um zu beginnen. Den fordere ich auf jeden Fall heraus. Okay, also das ist ein Sleeper. Ich dachte schon, what the fuck, warum ist das? Weil hier zeigen sie mir so einen komischen Rabbit, gegen den ich fahren soll als Profi. Na, der ist voll auf S1 aufgebaut. Trotzdem ziehe ich den gerade ab. Ja, jawohl. Sehr schön. Ja, easy. So, das Finale. Das finaleren Rennen gewesen. Achten Sie auf die Schwierigkeitsbewertung der Rennfahrer, bevor Sie sie herausfordern. Je höher die Schwierigkeitsbewertung, desto war die Belohnung. Bla, 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 bla. So, das erste Rennen. Ein Scramble. Ich soll wieder vier Kilometer weit fahren. Also dafür, dass ich dem hier den besten Twin-Turbo reingehauen habe, hat irgendwie nicht so eine krasse Beschleunigung. Fakt ist es, ähm... Fakt ist es, ähm... Oh, hier fahre ich wieder kein Futter ein. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, na toll. Äh... Äh... Ja, den Auto ist ja nicht fast wieder auf die Räder gekommen. Ja, setzen wir dich mal wieder zurück. Marsch. Na, ich muss hier hoch. So, auf geht's. Das erste Rennen. Die Felgen sehen nice aus. Auf dem Wagen. M1, Diablo, Roof, R40, boah, alles hier. M1, Diablo, R40, boah, alles hier. Ja, F1. Na, Startgang. Moment. Ja, am Start kann man gut absahnen. An... Mit den Fotos. Nice. Hinter uns vielleicht noch eins. Nein. Gut. Kannst hier jetzt weitergehen. Entschuldigung. Musst du langsam. Jetzt kommt er natürlich mit Neck. Yo. Ich glaube, er hat das falsche Auto genommen, oder was? Ja, bremst doch nicht einfach, Mann. Verhoffene Geraden. Oh. Entschuldigung. Müsste sein. Ach, sch... Ah, komm. Nicht drin. Gut gefangen. So, jetzt muss er erst da. Komm schon, zieh. Okay. 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 Ich habe gerade den Toro gehört. Ich glaube, das hört man ja gar nicht, ey. Nicht wegen den Pfosten. Nicht wegen den Pfosten. Also, okay. Fuck. Okay. Zweimal. Guck mal, verkackt er. Ist nicht so hart reingeprimst, aber egal. Wir sind eh am Gewinn, also ist jetzt scheißegal, was ich mache. Ich muss halt nur die Checkmins treffen und mich nicht drehen. Wow. So, aufgewonnen. Nice. Yeah. Er ist dann wieder mit dabei. Er ist ja nur der Marco. Obwohl er das Spiel nicht hat. Aber man braucht ja nur Forza 5 gespielt zu haben. Also da einen Dravator zu haben, damit der hier auch auftaucht. Nice. Sieben saubere Runden. So. Wo ist das nächste Rennen, meine ich? Wer fällt einrennen? Oder das Sprint-Rennen? Na, der querfett ein, würde ich sagen. Entschuldigung. Jetzt kommt schon von der Grip. Ist da ein Schild, was ich noch nicht ergold habe? Aber ich glaube schon. Ja. Darf ich hier wieder einmal rumfahren, ey. So. Wo steht denn der Schild? Da steht es. Juhu. Fast 100 Schilder zerstört. Wow. Oh, Kacke. Die Krumpfengen sehen echt gut auf dem Baden aus. Das muss man schon sagen. Don. Erstmal Baum mitten im Sprungtreffen, ey. So. Da vorne ist es auch schon endlich. Los geht's. Ja. Na. Ich ziehe natürlich doch vorne wieder weg. Ja, genau. Du Bastard, Alter. Das merke ich mir. Straw Asteroid, ey. Straw Asteroid. Das merke ich mir. Ne, das ist auch mein Daumen. Nicht gut. Weg weg. Ja, jetzt... Komm, verpiss dich doch da. Ich wollte gerade sagen, ich stehe in die Kurve genommen, aber da bin ich nicht in den Ruf reingefahren. Ich fand, dich kriege ich noch in dem Diablo. Ja, der hat hier gebampst, aber ich nicht. Bremsen ist nichts für Pussys. Da kommt es hier nicht vorbei. Oh, voll, da fällt ein Rennen hier wieder. Dann mal über die Straße und dann über so einen Feldweg. Shit, das war knapp. Ah, ist dann auch geworden. Goal. Als erster durchs Ziel. Das wird ja langsam zur Gewohnheit. Ja. Nice. Es gibt jetzt auch gleich wieder die nächsten Wii-Spin, denke ich mal. Jawohl. Wir haben immer noch Zeit für die nächsten zwei Rennen, vielleicht sogar noch. Aber jetzt drehen wir erstmal wieder am Rad. Hoffen wir, dass wir wieder was Gutes bekommen. Yeah, nice. Ein Ultima GTA und die 143.000 auch noch dazu. Sehr nice. Glückwunsch, du hast den Top-Bargeld-Preis abgeräumt. Warum kaufst du dir nicht im Autosalon was dafür? Nein, vielleicht später irgendwann mal. So, dann machen wir mal das Sprintrennen hier. Brauchen wir uns immer schnell hin. Ich habe keinen Bock jetzt hier hinzufahren. So, los geht's. Ja, immer noch dieselben Autos. So. Let's go. No, der Ruf ist jetzt mal fast von der Strecke geflogen. Ich fahre nach die kleinen Ruf hinten rein. Ach gut, wir fangen. Nice, die Kurve genommen. Außen überholen. Jawohl. Eigentlich könnte man hier eigentlich auch voll abkürzen. Scheiße. Das war klar. So. So haben wir die Kurve auch bekommen, ey. Das war ja wohl auch wieder doch kacke bin, ey. Obwohl ich auch Profi fahre. So, was war ja auch noch nicht. Ich bin da. Okay. Shouldn't we probably drifted? Ultimately, we'll drift. Nice. Ah, wieder gewonnen. Ist voll einfach irgendwie. Jawohl. Das letzte Rennen schaffen wir aber noch. Schön viel LP mal wieder. So, und jetzt geht's noch zum Straßenrennen, dem letzten Rennen. Ah, man, go. Man, go. Okay. 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 So, los geht's. Jetzt ist die Straße aber noch nass, ey. Natürlich wieder direkt die erste Kurve. Okay. Ich kann also nicht weiter zurückspulen. Auch gut. Da räufe ich das Feld halt von hinten auf. Kann ich auch machen. Der kann schon wieder an den drinnen. Im ganzen Fahrradfels. Mehr oder weniger. Jetzt bin ich aber dran. Und das ist dann zur Hälfte vorbei. Mal gucken, wie viel ich noch überholen kann. Ich suche aber auf jeden Fall nicht viele. Ja, leck mich doch am Arsch, Alter. Meine Fresse! Scheiß rennen hier. An die scheiß erste Kurve. Fick dich! Ist da wieder der Hurensohn? Nein, das war ein anderer Hurensohn. Ich schreie schon wieder in einem Spiel, wo ich nicht schreien will, Alter. Schau, sieh nicht vorbei. Nein, das war ein anderer Hurensohn. Nein, das war ein anderer Hurensohn. Nein, das war ein anderer Hurensohn. Okay. Kommst hier nicht vorbei. Wir sind schneller. Jawohl. Gut gefangen. So, Top 3. Jetzt sind wir wieder Erster. Gut. Kommst du nicht vorbei mit deinem blöden Ruf? Scheiß Mercedes. Piss dich mit deinem blöden Ruf. Fertig. Gut gefahren Kumpel und schon wieder ein Sieg. Gut gemacht. Ja, noch eine Meisterschaft. Du bist auf dem besten Weg ins Finale. Nichts nächste Finale, meinst du? Ah, okay. Noch 14 weitere Meisterschaften werden. Alles klar. Gute P. Gibt es zwar keinen nächsten Re-Spin, aber es ist ja nicht so schlimm. Na schön, Leute. Das war's für heute mit dem Rennen in Montalino. Wir versammeln uns am Treffpunkt und weiter geht es mit der Autotour. Okay. Aber. Ich will jetzt mal sagen. Erstmal wenden wir hier kurz. Wir werden sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Back Forza Horizon 2. Das war dann ja. bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.